und herzlich willkommen zu green hell hallo kursen hallo erstmal vielen dank fürs folgen einfach mal zwei follower reingekommen und wir haben gestern abend noch ein kleines bisschen weiter gespielt da wir ja nicht wirklich weiter kamen zwar uns eine rätsel doch wir haben das zweite dorf geworden endlich haben uns da ein bisschen aufgepäppelt sind ein bisschen weiter gereist und haben jetzt die map erreicht wo wir hin wollten und zwar die erste allererste map und da müssen wir ein bisschen was erkunden da müssen wir ein paar dörfer der feinde ja kapern verstören um das vertrauen zu erlangen damit uns der häupte hinterhilft und ich denke wir machen jetzt einfach mal weiter wo ich aufgehört habe und ja das ist mein kleines heimliches zuhause das hier ja ist menschenfleisch es ist nicht lecker sollte man nicht essen ich hoffe es passt so ich hoffe es geht alles und wir haben uns hier ein bisschen ausgerüstet hier noch ein bisschen was zu essen hier ist noch eine schildkröte haben hier was zu essen ganz viele pilze das trinken ist voll es ist es ist alles alles was wir brauchen ist dabei verbannt ein krötenpanzer dann leider auch nichts mehr dürfen mitnehmen jedenfalls nicht mehr so viel und ja mir geht's gut ich hoffe die geht's auch mal ins feuer gelaufen ich wollte das so machen ja genau und wie geht's dir ja heute in der sonne geschmort kann man fast so sagen es sehr warm heute bei uns gewesen es ist einfach unglaublich mein gott ist die klein dieser kralle seht ihr die sieht aus wie eine kleine made seine großkatze ich habe einen kleinen einen kleinen tiger erlegt es tut mir nicht leid weil er hat mich angegriffen wir werden jetzt einfach mal ja einfach eine runde schlafen dann ist es hell da macht viel mehr spaß zu spielen und wie geht's auch gut sehr gut wie es wetter bei euch ich hoffe es ist nicht ganz so heiß aber ich glaube in ganz deutschland ist gerade in der hölle wenn man das so sagen darf und ja gut fangen wir mal an ich bin ziemlich voll ich muss noch ein bisschen was holen der popcorns borna ist auch schon da es wird auf alle fälle besser das riecht sehr gut wenn ist die lieben hallo lieben vielen dank fürs folgen schön dass du da bist ich lass hier koro jetzt einfach in grün hell schmoren er muss jetzt überleben kämpfen ich weiß nicht ob du das spiel kennst wir haben gestern verzweifelt nach dem zweiten dorf gesucht und haben es endlich mal gefunden also hier keine base und so waren erst vier ureinwohner ich musste sie leider erledigen sonst hätten sie mich erledigt und das ist nicht teil des plans das wollen wir natürlich nicht naja 35 ja ich glaube bei uns jetzt sind auch so um die 35 grad aber was wir machen so ist das so ist es ich habe jetzt gesehen weil ich gerade gepasst habe es zu machen du hast hier so ein button gehabt da konnte man nicht nur eins machen sondern direkt mehrere auf einmal das heißt man muss die feile nicht mehr alle einzeln und zusammen schustern sondern man kann jetzt einfach alles zusammen machen so da ich von der karte hier absolut keine also von dem ort hier gar keine map habe machen wir alles aus dem kopf heraus und wollen wir sehen ob das alles auch schon hängen geblieben ist das letzte mal wo wir hier gespielt haben das war über ein jahr her und ich weiß dass da hinten irgendwo eine große katze lauert und da ist sie ganz schmutzig das müssen wir übrigens auch wieder rein machen ja gut besser trick um sich nicht zu verletzen und die schönste abkürzung so dir seht ihr alles schmutzig ein bisschen aufpassen ähm, gibt's wie gesagt ganz viele Ureinwohner die mich nicht sonderlich mögen ja, das ist natürlich nicht ganz so cool hier ist eine schöne Schildkröte ja, und du kannst baden gehen, ich darf da nicht rein, aber du schon, oder was das ist gemein das grenzt an ja ach, du Depp jetzt hast du noch getrunken Mai ja, also wenn wir jetzt sterben sollten ich hab kurz vorher abgespeichert so, äh ja, jetzt wird's natürlich ab und zu mal ein bisschen unangenehm ähm weil wir uns jetzt einfach mehrmals übergeben müssen Lebensvergiftung 10 ich hab glaube ich auch ja, minus 1 das ist glaube ich, wenn ich Kohle esse macht keinen Sinn ähm parasiten energie ohje, die flüssig bin ja, jetzt hör mal auf überhitzt, aber gut und hier, ja wie geht's? hallo, hallo vor allem war DJ ähm, mir geht's gut lady angel day sehr warm hier so in der wohnung, sag ich mal ist es auszuhalten ja man gewöhnt sich irgendwann an die Hitze sagen wir es mal so das wäre es jetzt noch ah das wäre jetzt noch ein super GAU gewesen wenn wir da jetzt reingerannt werden wie gesagt, Tiere sind sehr warm trotzdem geht's uns ähm sehr gut ich brauche jetzt auch nicht aber ich glaube, äh am Wochenende also ich weiß nicht, wie es bei euch ist am Wochenende ist es glaube ich ein bisschen kühler auch kein Platz mehr zumindest hoffen wir es wir hoffen es alle ähm sammeln ein bisschen Poppernaschen nebenbei sehr lecker bei mir ist schon kühl ja du hast Klimaanlage weil mich nicht alles täuscht, oder? hm Popper einfach das Beste als ich vorhin die U-Einwohner ähm zurechtweisen musste habe ich gesungen Menschenfleisch ist lecker ja beruht auf wahre Begebenheit was? ich weiß was ich von Gronkh gehört habe ich habe kein Menschenfleisch gegessen mein Gott ich brauche noch ein paar Stöckchen ich brauche noch einen größeren ähm rätiere ich sogar noch einen raus im kompletten Stamm ja Gott sei Dank da... ich hab dann auch einen der Rätig Herr Stock mh ok ich muss noch das andere Rätig hälschen das wär gut gewesen wenns eh gereicht hätte aber gerade im Pool oh... Pool klingt gut eigentlich eigentlich könntest du mich zum pool mit einladen ich bin total dafür irgendwann irgendwann kommen wir mal vorbei machen pool party ich bin ursagt mit ich wollte sehen wie ich renne das ist rennen das weiß ich nicht jetzt müssen wir den ganzen spaß hier anmachen ich sehe dann kriegen wir ein bisschen mehr vertrauen komme ich dann auch ja dem einfach ganz discord mit aber ich glaube da macht kaya kollegische hat jetzt nur noch acht übelkeit erst mir so leid die gibt es auch keine rosen oder sowas sieht man die spaß es ist wahnsinn ich bin ein bisschen schmutziger jetzt reingeht bin ich warum regnet es nicht regen wir jetzt ganz gut dann kann ich auch was essen ohne genau ohne ja ja ich habe gehört ob wir gerade oder sowas ja es ist wahnsinnig schwarz immer mal wie vergiftet das alles ist wahnsinn gab es nämlich weiß ich noch ein ganz gemein tiger hätte ich einfach mal so random angreift eigentlich sind die das war gemein man könnte meinen ich wüsste nicht wo ich bin ich es jetzt einfach nur was ich muss unbedingt was essen ich habe zwar ein parasiten aber kann ich nicht ändern wir sind schon wieder menschen wieder runter einfach weil ich es kann nicht weil ich irgendwie angst haben könnte was wir machen könnten hier gibt es ganz viele palmen schon gesehen wo und ist es jetzt schlau hier einfach ein bett hinzubauen weil da vornehmlich keiner kommt ich habe ihn schon gesehen er ist erst da da hinten ist er gerade einfach nur fix ein bett bauen darf das ich bin alt genug irgendwo machen kann ja schon ist vielleicht nicht ganz doch ist gut gewählt das recht recht ok oh mein gott wir haben die erste legende wir sind jetzt bei 47 15 ich will nicht sagen dass es in der nähe vom campus aber ja ja ich weiß dass du an die tress raus ging das sind sportsmann wir kriegen das ein schickes bett gebaut theoretisch resten 14 stunden 23 das wird auch noch ein tag jeweils wichtig 13 stunden weil wir müssen wir ganz schön der gesunden ihr habt euch jetzt alle fällen wie die leute ich habe so gemacht in den ferien bis jetzt mir lebt ich hoffe es läuft euch gut gut dann schlafen wir eine kleine runde hier ist es weg allerdings auch dunkel was sie so schlimm ist wir müssen die pülze essen auch wenn wir dadurch eventuell parasiten kriegen könnten weil wir ein bisschen schmutzig sind aber das ist ganz wichtig weil sonst ist nämlich hier alles ein tag zwei stunden sieben stunden 16 stunden hier dass man zuerst essen so glück gehabt müssen wir es ganz speichern ich dachte es wäre natürlich ein bisschen später aber es ist ja gerade mal frischer abend mein gott los wenn ich hier war schwimmen sehr gut sollten wir auch mal einfach um den köper abzukühlen Du bist nicht gut. oh mein gott es ist so lange du noch kannst gibt ganz viel wasser wasser ist so wichtig wir könnten allerdings auch schon einen shelter aufbauen abspeichern aber ich glaube dazu ich weiß nicht wirklich bäume hier da hinten aber es sind auch so dünne dinge gehen wir mal nachschauen ob wir menschen ich wollte nur noch mal zu gehen zusammen sechs stück man kann hier genug davon glatt verband ganz wichtig wollen wenn ich ein tigerchen greift wenn das mannequin wisst du warst du mal kaputt wir sagen jetzt ist unsere wir schauen wenn sie mit langsam mal schauen wir jetzt hingegangen ist da oben sind da haben wir drauf ab hier ich würde mich auseinandernehmen weil dann bin ich nämlich schmutzig und das menschen und tab drücken oh mein gott kann ich dir machen in den pfeilen ja ja aber ich habe glaube ich einen verschossen einfach so schnell ich irgendwo dahinten aber nicht so schlimm halt so wird es ist nur ein pfeil ich bin mir noch mal ein wunderschönes bild ist ja nicht copy rap ich das singe sagt jetzt wäre ein ein schilder ich glaube hier oben war doch oben war doch selbst irgendwas das mag ich eine nächste legende oder nur blümchen auch blümchen haben es bedient zu leben blümchen sind schön ja das glück nicht ausreizen das nächste und dann haben wir die beiden wir können noch ein paar stöckchen aufsammeln wir haben nicht was wir jetzt nicht wollen wir können da stoppen wir ahnen ja kam mit mir rosa wie geht es dir eigentlich habe ich schon nachgefragt bin mir jetzt gar nicht so sicher mal an zum mal drei stück ich hab vorhin vier gehabt ja in den ferien was wir gemacht haben ich war arbeiten in ferien hatte aber auch zwei wochen urlaub die sehr toll waren sniper wo ist der vierte kann man kann man ja auch nicht übernehmen ja weiß ich nicht ganz normale pfeile ja ich werde ich ein pocht geschossen das kann man schon machen ich habe ich habe eine spähe weil ein pfeil mein kollege kam noch hier hoch oder bin ich jetzt oder ist er wieder runter gefallen scheint so ja das habe ich jetzt die ganze zeit immer gemacht tatsächlich ich habe eine spähe austauschen also bewegt keine späße 90 prozent 86 ja ich lauf rein noch rein wahrscheinlich die dörfer ja wie gesagt In der Gainwamme hatten wir auch zwei Wochen Urlaub. Oh mein Gott, Energy. Red Bull-Pilze. Und die haben wir auch sehr genossen. Ich werde hier einfach eine kleine Mini-Base aufbauen, mal wieder. Weil wir es gut sind. So. Ob du wegrennst? So. 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 Ich glaube jetzt haben wir alle. Das waren vier Stück. Vier Stück haben wir erledigt. Ganz allein. Im Dunkeln. Also wenn das mal nichts ist. hier. So. 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 so.